Die Firmen-TV-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Top-Beratung, absolute Pünktlichkeit und beste Qualität. Das und viel mehr erwartet Sie bei Schmuck im Zentrum von Eckenthal-Eschenau. Das Traditionsunternehmen begeistert seine Kunden seit vielen Jahren mit einem umfangreichen Schmuck- und Uhrensortiment samt zuverlässigem Reparaturdienst. Von klassisch elegantem Perlschmuck über moderne Armbänder und Anhänger bis hin zu verschiedensten Markenuhren. Wer seinen Liebsten oder sich selbst eine Freude machen möchte, ist hier goldrichtig. Spezialisiert sind Hannah Pflaum und ihr Team besonders auf Trauringe. Ob Ehe, Verlobungs- oder Partnerring, dank eigenem Trauring-Studio mit über 800 Ansichtsmodellen und individueller Betreuung wird die Auswahl garantiert zum ganz besonderen Erlebnis. Schmuck im Zentrum. Lassen Sie sich inspirieren.